äh, hier jo, danke mehr? nein, nein, reicht, reicht ich will doch nur das scheiß Lager hier beleuchten ok oder weißt du was? was ich mach? ich mach einfach, wenn das Redstone-Update da ist und ich die Doppeltruhen hier machen kann dann, ähm, mach ich einfach Glowstone- oder Redstone-Lampen in der Decke ok das ist am einfachsten so lange, ach komm, so lange plänt ich ja einfach wahllos fackeln ups kommt der alter kommt der der Pfeiler Zauberei Zauberei? Meuterei? was? Meuterei? achso, ja, das war was im anderen Film ah ne, ist im selben, ne? weiß ich nicht ähm, ja, dann soweit ok, dann muss ich euch doch mit dem Lager schon mal umziehen und die ganzen Sachen hier einsortieren Zauberei! ja, mach mach wäre zauberhaft oder das lass ich ne, das kannst du oder Paddy nächstes Mal machen das ist zu langweilig ach, die Fresse, mach jetzt willst du lieber Dschungelbäume fällen, das ist nicht so langweilig ja, das stimmt dann mach ich das mit dem Dings und du fällst die Bäume das können wir machen, dann brauche ich aber auch noch ne Axt ja, gib ich dir ich gebe dir ich gebe dir und ich, äh, gib mir Axt und ich muss noch ich, übrigens jetzt mein Gott äh, ich muss noch hier mein Inventar ein bisschen leer machen ich hab noch voll viel Kram hier drin ach, dort ich pass dabei wo bist du? im, äh, im Haus echt? jo oh, ja ja was machst du da? nix die Tür gehen welche Tür? ja, die da gib mal bitte die Axt hab ich doch, die hab ich die hast du in der Hand zu spacken na, das ist meine, ach, da hinten liegt sie ok ok so so hä? ich geh jetzt Bäume fällen aber die sind überall nur so Riesenbäume ist so na komm, scheiß drauf, die fälle ich jetzt oder? ne, kein Bock doch, mach mal, das ist spannend richtig spannend ich, äh, ach, noch nicht ich könnte natürlich auch einfach ähm, die Bäume fällen so den Stamm weg und die röstlichen und dann einfach mit dem Feuerzeug die Krone abfackeln aber ehrlich gesagt hab ich da ein bisschen Schiss, dass dann der Dschungel anfängt zu brennen ne, lass das mal das ist scheiße, ne ich seh schon alles in Flammen ja obwohl sich das Feuer ja jetzt nicht mehr, also nicht mehr so krass ausbreitet wie früher doch? nein bei direktem Kontakt, klar nein, das geht auch so einfach aus nach einer Zeit echt? mhm das ist nicht mehr so, dass du ein Wald in einem dichten Wald einfach einen Baum anfackelst und dann äh, fackelt der ganze Wald ab das geht nicht mehr ist aber realistisch ich fand das auch irgendwie cooler aber ist jetzt geht es halt nicht mehr so mhm andererseits ätzend, wenn man irgendwo Lava geplantet hat aus Versehen, also zum beleuchten oder so und dann aus Versehen, äh, die ganze Base abfackelt ja, gut ein bisschen schwund ist immer no ich bin runtergefallen ich bin angerufen, lol drück mal weg da hab ich jetzt ja, so, so Holzfällen ist schon richtig spannend übertrieben Sachen ordnen auch auf allen Dingen richtig geil ist auch wenn man zwischendurch ständig runterfällt wie ordne ich denn das? keine Ahnung Doppeltruhe für Kohle Doppeltruhe für, äh, Redstone Doppeltruhe für, äh, 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 Eisen und Gold und Doppeltruhe für ja, ich nehm die ganzen Reihen einfach wie? mhm warte, 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 warte mal ich komm noch mal, ich hab grad ne Idee oh, scheiße nein, ich hab ne gute Idee sagst du immer ne, ich, äh, wo bist du? im Lager? ne ah, doch da Marsch ist schon, ne? ich hab dich auch durch die Wende nicht gesehen ähm, wie können wir das denn machen? ähm, wie können wir das denn machen? wir könnten jetzt zum Beispiel hier den Boden nochmal einen erhöhen und dann so machen und dann die Truhe hier weg und hier hin machen dann könnte man wo bist du? ach? komm mal her das will ich grad sehen wie ich mit dem Bogen gleich am Weg jaja ähm, ähm wenn jemand den Boden so macht wie hier mit so Slaps mhm dann könnte man so machen dann könnte man hier ähm ein Schild hin machen ähm und ähm Itemframe eventuell noch und da drüber noch zwei Truhen da würde man überall dran kommen wie, da drüber noch zwei Truhen? ah, das ist immer übertrieben, Alter wie groß willst du das Lager machen? hier in die Mitte drüber auch noch welche? ja groß, aber überleg dir wie viel Cobblestone und sonst Scheiß wir, äh, allein in den Minen abbauen Leon, guck mal hier ist auch noch Doppeltruhen überall jaja zwei Stück Dinger erreichen ja, dann machen wir dann machen wir so dann machen wir aber trotzdem den den, diesen, äh, Boden hier dann so tun und hier drüber dann immer das Schild und dann kann man hier oben noch Beleuchtung hin machen ne, du machst die gefällig so ja, mach du mal so, und hier frei, oder wat? ja ja, okay, machen wir das erstmal so und dann können wir uns das hinterher noch überlegen ob wir dann wenn wir, wenn wir wenn wir viel zu viel haben, äh Schaufler, komm! oh, verdammt ne, macht voll Grund nach ne, äh, wer hat dann Trash Tasmani ja, okay weil das ist von der, der Spruch den hat hier auch auf dem Channel stehen okay keine Ahnung ich hab den Channel nicht abonniert ja, auch nicht ich hab aber letztens GONGs, äh, die Leute, die GONG Geld schulden durchgeguckt ach ja, auf seiner auf seinem Channel, stimmt und da stand halt da stehen halt diese Sprüche immer dann war halt Trash Tasmani Schaufler, komm! ich glaub mit dem Magier-Turm lassen wir aber, ne? ich, müssen wir ja nicht jetzt machen, aber das wär vielleicht bis später ne Idee ja, vielleicht vielleicht boah, das ist ja auch so selten ich glaub ich bau ne Apfelfarm ist übrigens Nacht ja, ich will jetzt auch mal pennen gehen echt, willst du das? Das ist nett naja oh, da sind zwei Skelete das schreit ja quasi nach Fighting-Action aber jetzt schießt sich schon wieder gegenseitig an ne, nate Viecher, alter fuck nein, das ist meine Erfahrung ach, hab ich da bekommen ach, das bringt dir das du bist schon Level 30 und ich bin erst 23 na und? Illuminat alter was geht denn hier jetzt ab? oh, wie schnell das geht äh, ohne alles ins Gnett zu töten, ne? das ist kein Schwert mehr ne, ist ganz kaputt gegangen komm mal ins Bett komm ins Bett, Schatzi äh, boh, boh, boh boh schreit dein SMS, alter was ist denn heute los? du hast zwei Pfeile im Arsch stecken oh, ja und einen im Nippel also direkt auf dem Nippel ein Pfeil, alter geil ja, verstehe ich ich hab äh, einen Baum jetzt abgebaut ich hab jetzt wieder 32 Holz soll ich die mal eben geben für Truhen? ja diese Truhen, wir haben ja genug Truhen, oder? ja, warum wir brauchen noch genug können wir doch schon mal machen ich hab übrigens gedacht warte mal, komm mal eben mit das fiel mir grad so ein weil wir haben ja die, ähm in dem Lager, die Ecken sind ja frei weil da können wir ja keine Truhen rein machen und noch? komm, gib Gas hier ich hier trödeln hallo, bei Fuß kommst du wohl her? ja ich hab gar keinen Bock drauf mich hier noch rumkommandieren zu lassen ähm, nein, aber hier lass doch übrigens einen Pfeil im Arsch stecken ich müsste einen im Sack stecken haben ne, Tatsache ja, im Pool das muss auch nicht einen wegstecken ja, ja, das muss auch richtig einen wegstecken ne, aber wenn, ähm, alter du hast doch nicht mal hier gekriegt, mich zu schlagen ähm, nein, aber hier guck mal wenn man jetzt hier die nächsten Thron wieder hier hin macht ja dann ist ja hier was frei lass doch in die Ecke Worldcrenches Worldcrenches aber ist die Frage, kann man die da, ähm bau mal eine hin ich will mal wissen, ob man die von da aus obwohl wenn hier ne, das geht, okay ne, ich weiß, dass das geht ich hatte auch gedacht, dass man da Öfen reinmachen kann, aber ne, wie willst du da Öfen rein kriegen, du Vogel ja, da kommt man dann glaube ich nicht mehr dran müssen wir mal gucken ja, aber das wär mal ne Maßnahme okay, dann, äh ich hab da ne Idee ich hab da mal was vor wir machen hier, komm mal her ich komm mal her Punkt her oh, Skelett Durchgang mach mal die Slaps hier auf ich mein Inventar ist voll wieso da noch ein Durchgang da machen wir noch einen kleinen Raum rein mhm wo hier so eine kleine Ausbeulung ist wo wir den Enchantment-Table äh, Ruhm reinmachen mhm und in die andere Richtung eine Ausbeulung wo wir, äh, Öfen reinmachen ganz viele ja, das wär dann ja, warum nicht dann, das können wir eigentlich machen dann können wir auch, ähm ja, stimmt dann machen wir hier einfach noch so einen Raum dran und setzen machen dann ja, gute Idee, machen wir äh, dann bau das mal ne, mach du das ich wollte das Feld grad mal aberrnten äh, aber klar aber das wird alles an mir hängen na, natürlich ist ja das Problem ich hab übrigens schon, äh, wieder ein wunderschönes Design gesehen im Internet für ne automatische Kuhfarm nach dem Update ah ach, nö, jetzt hat Hähnchen lol was denn? lachst du so ich hab ein Ei in unsere Hühnerfarm geworfen das Hähnchen ist aber da unter dem Wasser gespawnt, runtergefallen, ne? ich dachte schon, jetzt muss ich das killen, aber dann ist die Treppe hochgehüpft von alleine und wieder oben ins Becken reingesprungen lol ja, das weiß genau, wo es lang geht ne, waren schon wieder 13 Eier ach, jetzt ist das in der Wand gespawnt naja, das war ja klar naja ok, Zuckerrohr ist auch schon wieder fast reif dann ernte ich, oder mach ich erstmal das Feld dann müsste der was dir auch gewachsen sein so, das ist Redstone nur, die Truhe mach für Redstone am besten so ne ganze, äh, ne ganze Reihe weil, also irgendwie so vier Truhen oder so weil Redstone wird ich mach jetzt erstmal eine Doppeltruhe ja, ja, aber ich mein, dann pack in die Truhe da drüber oder so, nicht irgendwas anderes noch bei Redstone wird man ja in Riesenmengen haben wie, in die Truhe da drüber wie, in die Truhe da drüber drehst du meinst du zwei Doppeltruhen aus? ja, ja, ich mein, dann mach, wenn du Redstone dann auch nur in eine Reihe machst also dann nicht, äh, egal, du machst das schon in eine Reihe? du machst das schon soll ich, soll ich, soll ich, soll ich nur eine Reihe machen oder was? nein, wenn du so eine senkrechte, äh, Reihe machst warte, hier wo bist du? so! wenn du jetzt hier Redstone reinmachst, da nicht auch, da nicht was anderes machst weil Redstone, wo hast du das reingemacht? hier, ne? nirgendwo 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 wenn du jetzt hier Redstone machst, dann lass die Truhe hier auch noch für Redstone ja, ja, klar ja ok wow, das ein Creeper boah, du Spacken, ey, kriegt doch nicht mal einen Creeper gekillt, ohne dass er explodiert ich hätte doch einen Bogen gehabt ja, ich hab hier festgehangen an der Wand hab ich nicht dran gedacht, dass dieser ist ich konnte nicht mehr rückwärts laufen ja, mach das mal, du kriegst das, mach das Loch mal zugleich das hat schon hin haben wir eigentlich noch Saplings? oh Junge aber ich hab den gar nicht gesehen fuck du bist du schon wieder ich hab grad unsere ganze Schafe freigelassen du bist so ein Spasti ich hab aber noch Zäune im Windwetter, scheiße ich hab auch noch welche, glaub ich ne, noch nicht, hab nur Sticks also der erste Bum war ja schon lappig, aber der zweite war richtig scheiße ja, für den ersten konnte ich nix da kam ich einfach nicht mehr weg aber für den jetzt hab ich einfach nicht aufgepasst sowas gibt's normalerweise ne Schaufel an Kopf ich mach ja schon wieder alles zu hoch voll zu, ey so dann brauch ich eigentlich ne Ho asiatische ho afrikanische ho maserati haben blo wo ist eigentlich unsere Ho blo was? unser Ho ist weg ich glaub die muss mal wieder einfangen gehen ne die hab ich im Windwetter laber nicht doch, ne Eisenhohe hab ich ne eiserne Feldhacke, weil gewisse Freunde von mir Minecraft nicht auf Englisch spielen können ja nix hehehe danke Danke.